Mati ist ein Typ, der ist eben nicht schwarz oder weiß, er ist schwarz-weiß. Also er ist irgendwie das Beste aus beiden Welten und er ist irgendwie immer mit dabei. Er ist ein bisschen zu vorlaut, er möchte mir die Dinge gleich machen und damit fällt er manchmal leichter auf die Nase. Aber er ist ein Typ, dem man vertrauen kann. Deswegen vertraut ihm auch Stefano bei dem Stunt, bei dem Gefährlichen mit der Kanonenkugel. Aber er ist eigentlich ein Typ, der gerne unterwegs ist und er liebt seine Freunde. Ja, und er kann wahnsinnig gut tanzen.